Wir sprechen ja sehr oft spezifisch neue und junge Führungskräfte an, weil einfach da das Fundament sehr schön gebaut werden kann. Und das erwähnen wir auch oft. Wie du es jetzt auch gesagt hast, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu schauen, ist der Punkt genau das. Man möchte eine längerfristig gute Karriere sozusagen hinlegen und man kann diesen Druck auch sehr gut abschwächen, sozusagen, den man sich zumeist sowieso selber macht und der gar nicht von außen kommt. Weil ich würde fast garantieren, dass alle wissen, dass eine junge oder neue Führungskraft nicht sofort die Welt verändern wird in der ersten Woche. Das heißt, man muss das so ein bisschen relativieren und sagen, ja, ich weiß, was ich leisten kann. Und das ist quasi das, was ich jetzt einfach in meiner ersten Woche schaffe oder in meiner ersten Führungsposition. Da muss man einfach mit dem Mindset auch dann weiter rangehen und sagen, naja, ich möchte ja besser werden. Und wie du es auch gesagt hast, der Teamerfolg ist der, der zählt. Das heißt, im Grunde genommen hat man die Verantwortung für mehr Menschen oder für mehr Ergebnisse, mehr Produkte, wie auch immer man das sagen möchte. Das heißt, die Verantwortung muss man von Anfang an sozusagen übernehmen, dass man etwas lernen möchte. Und das geht halt nur mit einer gewissen Offenheit, wo man sagt, naja, ich kann noch nicht alles wissen. Ich möchte aber gerne so viel wie möglich wissen. Und wenn ich so viel wie möglich wissen möchte, heißt das, ich muss vielleicht Perspektivenwechsel einnehmen und mich selbst aus einer anderen Perspektive betrachten und versuchen, so viel wie möglich kennenzulernen aus meinem Umfeld. Und das ist aber natürlich etwas, dass je länger man sowas vor sich hinschiebt, desto drastischere Maßnahmen können einen erst dort wieder rausreißen, wie du es jetzt sehr schön beschrieben hast, mit der Bandbreite von Möglichkeiten. Und ich denke, wenn man das so früh wie möglich beginnt, niedrigschwellig aufzubauen, dann ist ja das Schöne, was du auch schon ein paar Mal erwähnt hast, ist, dass man das auch sehr gut an sein Team übergeben kann, dieses Mindset, dieses reflexive Mindset. Vielen Dank.